Musik Halliallichen Freunde, herzlich willkommen zu Let's play Deus Ex-Mankind Divided Ihr fragt euch sicherlich, warum hatten wir jetzt die Einaufnahmen weiter hochgeladen Und warum steht jetzt noch so ein Gitarren, kann sein Falsch erklärs euch Ich nehm das alles jetzt nochmal neu auf, weil das ist alles so nach Ritten losgegangen Ich hab nur Scheiße gebaut, hab nichts hinbekommen in der letzten Aufnahmenrunde Und deswegen will ich das jetzt alles mal von vorne anfangen Deswegen müsste ich eigentlich einen neuen Speicherpunkt nehmen Weil alles was jetzt hier so Alles was ich jetzt hier so Hab das, es funktioniert einfach nicht Das ist halt einfach, was soll ich machen Wir können da gucken, was es hier noch gibt Und dann können wir immer noch sagen, ob wir neu anfangen Also, was heißt neu anfangen Weil Jetzt kann ich hier nicht mehr durch, Alter Das ist euer Ernst Ja, dann müssen wir halt leider echt neu anfangen Weil ich hab einfach zu wenig Sachen für die ganze Kacke Was soll ich denn machen jetzt Das nervt mich selbst ein bisschen Weil ich kam nicht voran Und dann hab ich halt gedacht Ja, Kunden macht das halt anders Aber es ist auch noch voll nach hinten losgegangen So, dann haben wir halt auch nicht die alte da Die alte da befreit Und da hab ich halt gedacht Ja, gut, mach mal wenigstens das hier Aber das Geht genauso nach hinten los Das nervt mich halt langsam Das Spiel hat mich gestern richtig Aufgeregt Deswegen nehme ich jetzt alles immer neu auf Ja, dann müssen wir einfach mal gucken Ich schlade, glaube ich, einfach mal von Ganz anderem Speicherpunkt So, wir können nicht weiter nach hinten Wie ich jetzt weiter nach hinten gehen kann Weil es geht halt einfach nicht Ja, ich hab zu viel gemordet Das funktioniert halt einfach nicht Ich will eigentlich hier ja mal ein bisschen Storyhaft, aber auch ein bisschen sneaky Ich geh durch das Spiel Und das geht halt nicht Wenn ich hier einfach mal anfangen zu bringen Das ist halt scheiße Deswegen versuche ich das jetzt einfach nochmal Nee Okay Jetzt sind wir halt wieder hier Aber es ist ja auch nicht viel besser Ja, gut, stimmt Hier kam mich ja nur auf die Ja, also das ist sinnlose Terminale gewesen Jetzt habe ich es gerade nochmal gackt Ich glaube, ich kann mich sogar noch dran erinnern eben Wir halten das Human-Restitutions-Gesetz Für einen Rückschlag Einen vernichtenden Schlag Gegen die menschlichen Grundrechte Aber Sie sehen das wo die Kommt, die Tür auf Wir gehen einfach nochmal raus Wir müssen in den Tresor Das ist witzige, ist halt Wo lang, wo lang Das Dass ich logischerweise Ich muss eigentlich Ich muss Entschuldigung Ich habe gar nichts gemacht, alter WTF Okay Das stimmt, dass den greift uns ja gar nicht einfach Oh Mann Ich muss doch irgendwie Ich wüsste nicht, wie ich hier reinkommen soll Ohne irgendwas kaputt zu machen Ich habe 2G getrunken Ich habe 2G getrunken Das drückt aber gut Ich wollte eigentlich hart drücken Das gibt es doch nicht, ja Ich habe das Ich weiß halt nicht wie wir hier nochmal alles neu starten können. Da komme ich direkt zum direkten Zugang wahrscheinlich. Wird wahrscheinlich nicht wichtig gewesen sein. Ja, ich wüsste nicht wo wir hin, ich möchte ja gerne weiter zurückspringen, laden. Äh, ist halt saukacke, es gibt halt kein Autosave, wo ich... Wie könnte ich denn weiter zurück? Vielleicht einfach die Mission abbrechen. Hm, wie mache ich das? Wie kann ich aus dieser Mission raus? Ich kann nämlich nicht zurückspringen, da bin ich mir ziemlich sicher. Da müssen wir das halt leider jetzt durchziehen hier mit der Bank. Tut mir echt leid, aber... Patrouille, eingeschränkt. Wie kann ich jetzt zu ihm sagen? Geh, ich geh rein. Und jetzt? Oh, ich muss hoch. Ohne Witz. Vor allem meine Praxis-Kits sind irgendwie gelöscht worden. Hä, und was soll ich jetzt hier? Das ist kein Sau, ja. Ach, weil da alles, es geht, die Teilgegend fliegt, löst er als ein Alarm aus. Das ist so verpackt. Das haben sie ja immer noch nicht gelöst, das Problem. Wie komm ich denn jetzt da hochgef... Da kackert noch eins. Ja, ach was, Paket abholen, aber ich komm da nicht rein, wo ich hin will. Ich soll hier noch irgendwas suchen. Ist ja schön und gut, aber... Dann, komm ich hier runter und dann, zack, bumm. Okay, schön gut. Und dann? Geh ich hier durch. Aha, okay, interessant. Neuer Zugang. Und dann, bumm. Komm nicht rein. Ah, Leute. Das ist doch scheiße. Ihr könnt doch kein Terminal da hinsetzen, ohne dass ich... Ich hab's auf Ausgestellt. Warum geht denn das alles an? Oh, du Reifen hier. Was ist denn damit, Alter? Ich wüsste nicht, dass irgendein Typ ein Passwort hätte von dem Scheiß da unten. Oh, da ist ein PDA. Am Arsch. Sechs, sieben. Nein, da war doch ein Passwort. Ey, warum hat er das jetzt nicht? Geruch von einem Abwasser, Leapz, sechs, sieben, vier, fünf. Hast du schon von dem Letzten? Ich probier mal sechs, sieben. Ah, sechs, sieben, vier, fünf. Irgendwas. Äh, sechs, sieben, vier, fünf. Ach, der hat mich.